Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das haben Wasser, ganze Mengen Die fliegenden Steine müssen einen Felsrutsch im geheimnisvollen Jenseits verursacht haben Ja, und dieser dumme Felsrutsch hat unserem Wasser den Weg versperrt Gehen wir, die Erwachsenen werden wissen, was zu tun ist Sein schlechtes Wetter für Fliegen Pass auf! Zurück, Freunde! Ich kenne einen anderen Weg! Aaaaaah! 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 Das reicht! Für heute habt ihr genug! Das Dreihorn wird mir langsam zu herrschsüchtig Ja, du hast recht Feuer! Ein Tal ist Feuer ausgebrochen! Bist du ganz sicher, Littlefoot? Ja, Großvater! Es ist in der Nähe vom Felsendurchgang Ja, man kann von hier aus das Feuer ganz deutlich sehen Es ist ganz in der Nähe Wir müssen fliehen! Um Himmels Willen! Nur keine Aufregung, wir werden euch in Sicherheit bringen Nein, ich werde das machen Sie sind besser dran, wenn Sie mir folgen Na, hä? Mir nach! Los, kommt! Aber du gehst mit dem Wind Dahin wird sich das Feuer ganz bestimmt ausbreiten Wir müssen uns entgegengesetzt zum Wind bewegen Tu, was du willst, Langhals Aber Cera und ich werden hier lang gehen Komm, Cera! Aber Papa! Die anderen können tun und lassen, was sie wollen Aber du bist meine Tochter und wirst machen, was ich dir sage Ich... ähm... ich... äh... Ich gehe mit meinem Vater Ich habe dabei kein gutes Gefühl Oh nein, das habe ich nicht Großmutter! Großvater! Könnt ihr sie nicht aufhalten? Ich werde ihnen nachgehen, einverstanden? Ja, natürlich Lidl-Food, du kommst mit mir Wir bringen die anderen in Sicherheit Aber was ist mit den restlichen Sauriern hier im Tal, Großmutter? Was passiert mit ihnen? Sie werden die bekannten Fluchtwege benutzen Kommt! Und jetzt alle mir nach Die Kinder natürlich zuerst Ja, die Kinder zuerst Das war alles im Wagenstein Oh nein! Ich muss's nicht aufhalten, was passiert ist Ach! Ach! Und jetzt geht's Give- ihr mal Energie Cera! Großmutter, was ist los? Ich kann nichts mehr sehen, der Rauch. Du musst uns führen. Nee. Aber ich... Mir nach, Freunde. Nee. Nee. Wo ist er? Ich kann nichts sehen. Lidl-Foot, die Erwachsenen können nicht gut sehen. Nein, das können sie nicht. Aber sie können hören. Folgt meiner Stimme! Jeder bleibt dicht an seinem Vordermann. Und haltet eure Köpfe unten. Es ist nicht mehr sehr weit. Bist du sicher, dass wir richtig sind, Papa? Natürlich, mein Kind. Ah, Papa! Hier lang, Tera! Oh nein! Nein! Wir sind eingeschlafen, Papa! Freihorn, hier sind wir! Nein, Tera! Alles in Ordnung, Tera? Ja, Papa! Ja, Papa! Kommt! SchRRch! Ja, Papa! infra,ging, Tera! Wir sind das!